Stimmung gegen Andersdenkende. Aussteigerin rechnet mit der Heute-Show ab. Was wir alle schon wussten. Christine Préan, 49, dem Zuschauer der ZDF-Satire-Sendung Heute-Show, besser bekannt als Birte Schneider, stand über 10 Jahre für das Format vor der Kamera. Jetzt rechnet sie ab. Machen wir uns nichts vor. Die Frau steht nicht auf unserer Seite. In einem Interview mit Susanne Stiefel von der Kontext-Wochenzeitung bezeichnet sie sich selbst als Klimaflüchtling, weil sie aus einer warmen Dachgeschosswohnung in eine kühlere Wohnung im Berliner Osten gezogen ist. Zudem würde sie gerne die Überwindung des Kapitalismus feiern und ein wenig Anarchie bevorzugen, wenn es darum gehe, nach einer Parade des Christopher Street Day mal nicht sofort aufzuräumen. Dennoch hat sie Interessantes zu berichten. Ihren letzten Auftritt in der Heute-Show hatte sie im September letzten Jahres. Sie habe die Zusammenarbeit mit dem Format wegen einer Post-Vac-Erkrankung, früher nannte man das Impfschaden, aufgeben müssen. Zudem habe sie mit der Art, wie die großen gesellschaftlichen Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen. Sie sagt, Zitat Gleichzeitig sieht sie aber auch, gerade beim links-rot-grünen Rundfunk, dass man das Fass der Kapitalismuskritik besser nicht aufmachen sollte. Wovor hat sie denn Angst? Damit rennt man doch offene Türen bei ihren Kolleginnen und Vorgesetzten ein. Weiter gibt sie zu Wort, dass sie auch keine Freundin mehr der Anstalt und Böhmermann sei. Denn auch Böhmermann habe die gängigen Narrative verstärkt. Eine Geste mit zwei Stinkefinger von ihm, die Ungeimpften galt, prangert sie an. Zitat In der Corona-Krise sei alles eskaliert. Sie hatte selbst Fragen zu den Impfstoffen, doch es war ihr unmöglich, diese beantwortet zu bekommen, da immer nur die gleichen Leute ihre Meinung dazu kundtun durften und die anderen auf obskuren Kanälen stattfanden. Oje, auf keinen Fall anklicken. Diese Verunmöglichung des Diskurses verschärfte ihre Ansicht nach die Spaltung. Es sei mittlerweile nicht mehr viel nötig, um als Rechts gebranntmarkt zu werden. Zitat Wann bin ich rechts? Wann bin ich eine Verschwörungstheoretikerin? Eine Schwurblerin? Ich habe Fragen, ich habe Kritik. Ich möchte mich äußern dürfen. Ich möchte auch zuhören dürfen. Ich möchte auch den hören, der für das Letzte gehalten wird. Wendete sie ein. Meiner Meinung nach hat sie aber auch nicht alles richtig gemacht. Wenn sie sich einreden lässt, ja nicht mit den Schmuddelkindern zu spielen oder ihnen wenigstens zuzuhören. Immerhin bemerkt sie, dass viele nicht über das Gleiche reden, wenn von Demokratie und Freiheit die Rede ist. Leider versteht sie nicht, dass sich beides gegenseitig ausschließt. Weiter ist im Interview nichts für mich Interessantes zu entnehmen. Dennoch bestätigt es mich und sicher auch viele andere in ihrer Ansicht, dass während der Maßnahmenpandemie massiv gegen Andersdenkende gehetzt, der Diskurs verweigert und sich auf Kosten der Opfer lustig gemacht wurde. Noch heute haben Impfgeschädigte damit zu kämpfen, anerkannt oder überhaupt angehört zu werden. Tief sitzt das immer wieder wiederholte Mantra, die Impfung sei nebenwirkungsfrei und jeder, der Probleme damit habe, sei ein Schwurbler, wenn nicht sogar ein Rechtsextremer. Wer sich das antikapitalistische Geschwurbel der beiden Interviewpartner zu Gemüte führen möchte, dem sei hiermit der Weg bereitet. Titel Birte spielt nicht mehr mit Kontext Wochenzeitung Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Sascha Koll. Dieser Beitrag erschien mit freundlicher Genehmigung von freiheitsfunken.info, die libertäre Glücksspieler aus der Schweiz. Besuchen Sie die Freiheitsfunken im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Videobeschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.